Willkommen zu der heutigen Vivi News, alle den Drop-The-Hats-NFT auf der Vivi App und wir schauen uns die Drop-Details an für dieses Collectable. Außerdem gibt es Free-Sesam-Straßen-NFTs, ich werde dir erklären, wie du das Ganze claimen kannst. Und wir schauen uns die nächsten beiden Comic-Drops auf der Vivi App an, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und Wort, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute wieder mit einer Menge, Menge News mit dabei, deswegen würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ja und mir ist es erst heute aufgefallen, ich hätte das Ganze eigentlich schon im letzten Video vorstellen können, ich habe es aber einfach nicht gesehen. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal die Drop-Details an für den Aladin-Drop und das Ganze wird am Freitag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Mit insgesamt drei Collectables. Das Ganze wird unter anderem auch den fünften und auch letzten Stift beinhalten. Hier haben wir den Aladin einmal animiert mit Sound, ich werde es an dieser Stelle nicht nochmal einblenden, ich habe es im letzten Video ausgiebig gezeigt. Ansonsten haben wir hier eine, wie gesagt, Rare mit einem Listenpreis von 40 Gems, eine Editionzahl von 2.594 Stück und natürlich auch eine First Appearance. Als zweites sehen wir selbstverständlich Aladin selber als Altrair, hier haben wir eine Editionzahl von 1.994 Stück und einen Listenpreis von 40 Gems. Also das haben wir dann auch einmal Prinzessin Jasmin, die wird eine Secretress sein und wir werden hier eine Editionzahl von 994 haben. Und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Drop. Ich persönlich werde auf jeden Fall eine Box mitnehmen, schreibst du mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, wie viele Boxen du mitnehmen wirst. Als kurze Ergänzung noch zu dem Collectable bzw. zu dem Pencil. Am Montag, dem 23. Oktober wird der AirDrop stattfinden für den Pencil aktuell bzw. hier für den blauen Pencil. Dort wird dann der letzte Pencil erscheinen und ab dem Zeitpunkt wird es auch möglich sein, diesen Tisch hier zu craften. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was man damit machen kann. Ansonsten nochmal ganz wichtig, ihr bekommt nur einen Stift pro Account. Das heißt, selbst wenn ihr drei Boxen kauft, ihr bekommt nur einen Stift. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Ansonsten kommen wir noch zu einem kurzen Giveaway und zwar nämlich zum anstehenden Aladin Job und zwar nämlich von Disney. Und hier werden wir das Ganze sehen mit drei Gewinnern. Ihr müsst an dieser Stelle nur euren Namen, eure E-Mail-Adresse und euren Favoriten aus diesen Filmen angeben. Mehr ist es nicht. Ich werde euch den Link dazu unten in die Videobeschreibung packen. Das Ganze wird dann geairdroppt bzw. geschlossen am 26. September. Das heißt, bis dorthin habt ihr jetzt noch Zeit daran mitzumachen. Ansonsten kommen wir als nächstes zur Sesamstraße und hier ist es momentan möglich, Collectables umsonst zu bekommen. Und jetzt wirst du dich wahrscheinlich fragen, okay, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber es ist tatsächlich true, denn du brauchst tatsächlich nur ein Sesamstraßen-NFT, um das Ganze zu craften für ein neues Produkt. Das Ganze würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal ganz kurz hier in der Web-App auch mal an. Wenn wir jetzt hier runtergehen, dann sehen wir hier unter Drops die Sesamstraße und hier gibt es jetzt nämlich diese zwei Boys und die kann man sich craften. Und ihr seht jetzt auch, wenn wir hier zum Beispiel auf das eine draufgehen, dass wir hier sozusagen ein Collectable brauchen, um das Ganze zu craften. Das heißt, für alle Leute, die hier schon das Sesamstraßen-NFT haben, die können ganz einfach sich hier eins sozusagen minden. Finde ich persönlich eine sehr, sehr interessante Aktion. Das nächste Comic, was wir sehen werden, ist ein Star Wars Comic und zwar nämlich Yoda Hashtag 1 und zwar aus dem Jahre 2022. Das ganze Comic wird am Mittwoch, das heißt morgen um 17 Uhr deutscher Zeit droppen mit insgesamt natürlich wieder fünf Covern wie immer. Und ja, meiner Meinung nach, die Cover sind jetzt nicht absolut mein Fall. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall relativ scarce mit einer Edition-Auflage von nur gerade mal 6000 Stück und einem Listenpreis von 7 Gems. Für mich persönlich nichtsdestotrotz trotzdem ein Skip, da wir hier nämlich auch auf Go-Collect nicht gerade hohe Preise haben und die Cover mir jetzt nicht auch unbedingt zusagen. Dementsprechend für mich persönlich ein Skip. Als siehst du, schauen wir uns auch das nächste Marvel-Comic an und zwar nämlich die First Appearance of X-Factor und hier bekommen wir das ganze Comic am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit. Und hier bekommen wir einmal diese Cover. Ja, für mich persönlich auch an dieser Stelle tatsächlich wieder ein Skip. Die Cover sagen wir nicht unbedingt zu, genauso die Daten auf Go-Collect, denn hier, ja seht ihr 9.9, war hier für 1300 verkauft worden. Das war aber erst mal 2014 und das zweite ist, hier gibt es gerade mal nur eine 9.9, die jedenfalls bekannt ist bzw. bei Go-Collect hinterlegt ist. Dementsprechend, ihr seht das auch schon bei der 9.8, 960 Stück gibt es dort insgesamt, die gegradet sind und der Listenpreis ist hier gerade mal bei 110. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall auch für mich an dieser Stelle ein Skip. Und als letztes kommen wir nochmal hier auf ein kurzes OMI Update zu sprechen, denn der OMI ist ja auf jeden Fall weiter hier am Korrelieren. Wir haben jetzt hier gesehen, an dieser Zone ist er jetzt erstmal nicht weiter short gegangen. Interessant wird es auf jeden Fall, wenn der Markt sich hier wieder rüber kämpfen sollte, über diese zweite Zone, sollte er das nicht tun, sondern eher tatsächlich hier weiter in den Bereich reingehen. Sollte er sogar runterbrechen, dann sehe ich sogar Potenzial bis hier rein nochmal in den Bereich. Aber das ist auf jeden Fall erstmal abzuwarten, wie sich der Markt jetzt in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video, mit allen Infos, die du da draußen wissen musst. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.